Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Frau Courage Podcast Folge. In der heutigen Folge geht es um Verletzungen verzeihen, also es geht um Vergebung. Es geht darum, wie man damit umgehen kann, wenn es zu einer Bindungsverletzung in der Paarbeziehung gekommen ist. Zu einer Bindungsverletzung kann es dadurch kommen, dass es zum Beispiel eine Affäre gab oder Uneinigkeit gab in der Beziehung. Aber manchmal passieren auch Bindungsverletzungen unbewusst, vielleicht weil man unachtsam war oder weil man was von der anderen Person nicht erkannt hat. Also vielleicht hast du nicht erkannt, dass es deinem Partner oder deiner Partnerin gerade nicht gut geht, dass sie Unterstützung braucht oder dass sie belastet ist durch ein gewisses Thema. Diese Folge baut auf die letzte Frau Courage Podcast Folge auf, auf die Nummer 53. Und solltest du die noch nicht angehört haben, hör dir die gerne davor an. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Bevor ich jetzt gleich inhaltlich ins Thema einsteige, würde ich gerne noch Werbung machen für mein nächstes Seminar. Das findet vom 6.10. bis zum 8.10. statt. Das ist ein Präsenzseminar, das Love & Grow Seminar. Es findet im Göttingen statt und das ist ein Paarseminar für Paare, die ihre Beziehung verbessern wollen, vertiefen wollen, die ihrer Beziehung einen speziellen Raum geben wollen, um zu wachsen und sich gegenseitig besser kennenzulernen und sich selbst besser kennenzulernen. Wenn ihr mehr Informationen dazu wollt, dann schau einfach in den Shownotes, da ist ein Link und da findest du mehr Informationen und auch die Buchungsmöglichkeiten. Wenn du dir unsicher bist, ob das Seminar gut für dich passt, dann buch dir gerne ein kostenloses Erstgespräch und wir können uns darüber unterhalten, ob für dich und deine Beziehungsperson richtig ist oder nicht. In dieser Folge geht es ja um das Thema Verzeihen und Verzeihen ist aber nicht in jeder Beziehung zu jedem Zeitpunkt angebracht. Denn es gibt immer noch Beziehungen, in denen ein Klima von Angst herrscht, von Machtgefälle besteht, wo es keine Gleichberechtigung gibt, wo es Abwertung gibt, wo es verbale und vielleicht auch psychische und physische Gewalt gibt. Und wenn du in so einer gewaltvollen, missbräuchlichen Beziehung bist, dann such dir auf jeden Fall Hilfe, dann such dir Unterstützung. Sehr wahrscheinlich ist deine Beziehung gerade nicht an diesem Punkt, dass es um Verzeihen gehen sollte, sondern da stehen andere Themen an Basis-Sachen wie deine eigene Sicherheit. Wenn wir uns öffnen für einen anderen Menschen, dann ist das Risiko da, dass wir verletzt werden, aber auch, dass wir verletzen. Bewusst oder unbewusst, Bindungsverletzungen können bewusst ausgeführte Verletzungen sein, wie Unehrlichkeit, Seitensprünge, Respektlosigkeit, Ungerechtigkeit, nicht zu seinem Wort stehen können. So all das sind aktive Betrugsdinge, aber es gibt auch unbewusste Sachen, wie zum Beispiel, du hast eine gesundheitliche Diagnose, die dir Angst macht und deine Partner oder Partnerin ist dann nicht für dich da. Also tröste dich nicht, sondern geht vielleicht den ganzen Tag nicht ans Handy und du kannst die Person nicht erreichen und du fühlst dich muttersehend allein und hast Angst um deine Unversehrtheit. Und deine Beziehungsperson schafft es aber nicht, dir eine starke Schulter zu sein, sondern windet sich da raus und ist nicht erreichbar oder nicht emotional erreichbar. Das könnte ein Beispiel sein oder du erlebst einen Verlust, vielleicht hast du eine Fehlgeburt oder einer deiner Eltern stirbt oder einer deiner Geschwister oder Freunde oder Freundinnen und deine Beziehungsperson steht dann nicht an deiner Seite und tröstet dich, sondern geht am Abend aus oder fährt übers Wochenende alleine weg. Oder du hast viele Probleme auf der Arbeit und machst dir Sorgen, dass du deine Arbeit verlierst und versuchst mit deiner Partnerin darüber zu sprechen. Und die sagt nur aufmunterte Sachen wie, wird schon wieder oder kommen auch wieder bessere Zeiten. Ach, ist doch nicht so schlimm. Stell dich nicht so an oder steiger dich nicht da so rein. All diese Situationen können dazu führen, dass du dich unverstanden fühlst, dass du dich nicht gesehen fühlst, dass du an dem zweifelst, was du dachtest, was eure Beziehung besonders macht. Und es kann auch weiter dazu führen, dass du zumachst, dass du sagst, ich möchte nie wieder von dir so verletzt werden und deswegen lasse ich dich nie wieder so an mich ran. Und vielleicht brichst du die Beziehung nicht aktiv ab, aber du gehst auf Distanz und baust eine Mauer um dich rum, was auch total verständlich ist und was auch nachvollziehbar ist. Denn solange die Verletzung nicht aufgearbeitet ist, ist das ja für dich die Botschaft, die darüber kommt, solange kommt vielleicht bei dir an, dass du nicht wichtig für deine Beziehungsperson bist, dass du vielleicht nicht traurig sein darfst, dass du nicht verletzt sein darfst, dass du dich vielleicht nicht so anstellen sollst. Und zuzumachen hat da ganz viel mit Selbstschutz zu tun und bei unbewussten Bindungsverletzungen hat deine Partnerin das vielleicht gar nicht so gemeint, sondern sie hat die Situation falsch eingeschätzt. Sie war vielleicht selber nicht ansprechbar in dem Moment, sie war vielleicht selber geleitet von Ängsten, von Überforderungen, sie wurde vielleicht getriggert durch gewisse Dinge, vielleicht hat sie ganz große Verlustängste bekommen. Also in den meisten Fällen gibt es ja eine gute Erklärung, warum deine Beziehungsperson sich da so unsensibel dir gegenüber verhalten hat. Und manchmal ist es möglich, im ruhigen Moment das anzusprechen und direkt aus dem Weg zu räumen und manchmal ist es so, dass das Paare oder Einzelpersonen in Paarbeziehungen Wochen oder Monate und teilweise auch Jahre, Jahrzehnte lang mittragen durch ihr Leben, diese Verletzungen. Und Bindungsverletzungen schmerzen. Und wenn dieser Schmerz nicht angeschaut wird, wenn er nicht bearbeitet wird, dann ist es eine offene Wunde, die nicht verheilen kann. Und zu verzeihen ist sehr schwierig und sehr herausfordernd. Und verzeihen ist nichts, was man tun muss, sondern es ist eine Option. Und es sollte eine freie Entscheidung dafür sein. Und wenn wir uns entscheiden zu verzeihen, dann kann es viele positive Auswirkungen haben, zum Beispiel auf unsere Gesundheit und auch auf unsere Beziehungsqualität. Und verzeihen bedeutet nicht, dass du die Sache vergisst oder irgendwie stillschweigend akzeptierst oder annimmst oder da irgendwie einfach großzügig hinweg siehst, sondern es ist eben, wie gesagt, eine Option, zu der du dich ganz aktiv entscheiden kannst, wenn du den Weg des Verzeihens, der Vergebung gehen möchtest. Und ich mag dieses Bild, dass man Verzeihen nicht als etwas sieht, was einmalig geschieht, sondern es ist etwas, was Raum und Zeit braucht. Man kann sich es vielleicht so vorstellen, dass es einfach eine offene Wunde ist und auch eine offene Wunde braucht, eine gute Umgebung, um zu heilen, Aufmerksamkeit. Man muss Geduld haben und kann die Heilung eben nicht erzwingen, sondern das ist etwas, was passiert, wenn es gute Bedingungen vorhanden sind. Und Verzeihen hat auch gesundheitliche Auswirkungen, denn wenn wir in dem Gefühl von Wut, von Rache, von Kroll sind, dann steigt unser Blutdruck und unser ganzer Körper wird vorbereitet auf Kämpfen oder Fliehen. Und wenn dieser Zustand chronisch wird, weil wir es nicht schaffen, zu verzeihen und zu vergeben und das loszulassen, dann kann es eben negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. In diesem Podcast lege ich ja den Schwerpunkt auf Verzeihen in Beziehung. Also es geht schwerpunktmäßig nicht darum, dass du jetzt vielleicht als verletzte Person irgendwie hier Tipps oder Anregungen bekommst, wie du verzeihen kannst für dich alleine, sondern der Fokus liegt darauf, dass das Verzeihen zwischen euch beiden passiert. Das bedeutet jetzt nicht zwangsläufig, dass eure Beziehung nach diesem Verzeihen weitergehen muss, sondern es kann auch bedeuten, dass ihr euch trennt. Aber es kann total hilfreich sein, wenn ihr zusammen für euch nochmal aufarbeiten könnt, was da passiert ist. Und selbst wenn es am Ende zu einer Trennung kommt oder zu einer Nichtwiederaufnahme der Beziehung, dann kann es total hilfreich sein für nachfolgende Beziehungen oder auch zum Beispiel, wenn ihr Eltern seid von gemeinsamen Kindern, dann kann es total hilfreich sein, wenn es eben keine offene Wunde bleibt, sondern wenn es abheilen kann. Und verzeihen kann so schwer sein und manchen Menschen fällt es leichter und manchen schwerer, aber meistens, wenn es zu einer Bindungsverletzung kommt, in Form zum Beispiel von einer Affäre, dann ist man ja erst mal total schockiert als betrogene Person, weil man es vielleicht überhaupt nicht erwartet hat. Und weil oft, gerade wenn die Affäre länger geht, dann führt es ja auch dazu, dass die Person, die betrügt, dass die dann auch noch lügt und vertuscht und irgendwie irgendwelche Konstrukte außenrum baut und da unehrlich ist. Und das kann einem so tief erschrecken, weil man vielleicht seine Beziehungsperson nicht wieder erkennt und weil man sich fragt, hey, wie konnte das jetzt passieren? Also wie konnte es so weit kommen? Und vielleicht fragst du dich auch, wie konntest du es nicht sehen? Oder vielleicht hattest du einen Verdacht und hast es immer mal wieder angesprochen und du wurdest da ganz offen angelogen. Und das kann dazu führen, dass du Angst hast, dass du wütend bist, dass du vielleicht dich auch beschämt fühlst, dass du traurig bist, dass du in dir das Gefühl hast, du musst Rache nehmen. Und es ist total verständlich, dass du all diese Gefühle erst mal spürst. Und vielleicht gehst du in die offene Konfrontation mit deiner Beziehungsperson, indem du Anschuldigungen machst, indem du sie anschreist oder ganz bewusst da versuchst, da offen drüber zu sprechen. Vielleicht gehst du auch in den Rückzug, dass du so verletzt bist, dass du eigentlich gar nichts mehr mit der Person zu tun haben möchtest. Und all das sind verständliche Reaktionen auf eine Situation, die dich tief verletzt haben. Und das führt zu der Frage, wie ist eigentlich da Verzeihen möglich? Wie ist da ein gemeinsamer Weg möglich zur Klärung der Situation? Und um Verletzungen zu verzeihen und sich da wieder zu versöhnen, das braucht Mut und auch eine gewisse Risikobereitschaft, weil man sich in diesem Prozess im besten Fall ja auch öffnet und verletzlich nochmal zeigt. Das kann natürlich gar nicht so leicht sein. Und es gibt das Brisbane Hurt Feeling Project und da wurden mehr als 100 Paare befragt, was ihnen geholfen hat, um eine Bindungsverletzung in Form zum Beispiel von einer Affärung oder von einer Erkränkung zu verarbeiten. Und diese Paare gaben an, dass es hilfreich sei, wenn der oder die verletzende Person der verletzten und gekränkten Partnerin zuhört, die Perspektive nachvollziehen kann und den angerichteten Schaden aufrichtig anerkennt, wenn sie es schafft, das verletzende Verhalten nicht zu relativieren oder zu beschönigen und wenn sie es schafft, sich offen und ehrlich zu entschuldigen. Und das Anerkennen von der Verletzung und von dem Schaden, den die verletzende Person zugefügt hat, das ist ganz wichtig. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass wie die verletzende Person sich in dem Versöhnungsprozess verhält, dass das maßgeblich dazu beiträgt, ob eine Verzeihung stattfinden kann oder nicht. Und viel zu oft wird genau das unterschätzt. Da denkt die verletzende Person, ich kann jetzt eh nichts mehr machen, ich habe diese Verletzung verursacht, ich schäme mich so und ich fühle mich so schlecht und ich kann jetzt nichts mehr machen, um das gut zu machen. Aber zu denken, dass man nichts zum Verzeihen beitragen kann, ist eine Fehleinschätzung und da wird eine ganz große Chance vertan. Doch wie kann man dazu beitragen, damit ein Verzeihen leichter wird, wenn du die Person warst, die betrogen hat, die verletzt hat. Also folgende Sachen können sehr hilfreich sein. Und zwar sei präsent, höre aufmerksam zu, wenn deine Partner, deine Partnerin über die eigenen Empfindungen spricht, über den Schmerz spricht. Und hör zu mit dem offenen Herzen. Lass zu, dass die Worte dich berühren, dass der Schmerz dich berührt. Und gerade wenn du dann viele Schuldgefühle fühlst, dann lass nicht zu, dass du da dich versuchst zu rechtfertigen, sondern versuch das auszuhalten. Versuch deine Schuldgefühle auszuhalten. Versuch den Schmerz von deiner Beziehungsperson oder Ex-Beziehungsperson auszuhalten. Und erkenne an, dass du deiner Partner, Partnerin viel bedeutest, denn sonst wäre sie nicht so verletzt davon, was du getan hast. Übernimm die Verantwortung für das, was du getan hast oder eben auch nicht getan hast. Also wenn jetzt die Bindungsverletzung durch ein Versäumnis zum Beispiel entstanden ist, dann übernimm dafür die Verantwortung. Und dann entschuldige dich aufrichtig, erklär, wie sehr du es bedauerst, wie sehr du dich schämst, wie sehr du traurig darüber bist, wie sehr dir bewusst ist, dass du eine tiefe Verletzung verursacht hast. Und auch hier versuch nicht irgendwas zu rechtfertigen, sondern versuch deine Gefühle zu zeigen, deine Entsetzen vielleicht zu zeigen, dass du über dich selber hast, deine Gefühle wie Scham, wie Angst, wie tiefe Traurigkeit. Und dann frag deinen Partner, deine Partnerin, wie du zum Trösten beitragen kannst, wie du zur Genesung der Bindung beitragen kannst, was du konkret tun kannst. Und dann halte aus, dass vielleicht nicht sofort eine Antwort darauf kommt. Und Verzeihen braucht viel Zeit und Raum. Und dann zeig, wie wichtig dir der Mensch ist, den du verletzt hast. Zeig das, indem du vielleicht, wenn du irgendwie eine Suchtproblematik hast, Drogen oder Alkohol oder nicht substanzgebundene Sucht wie Spielsucht oder Pornografiesucht, dann such dir da Unterstützung, such dir professionelle Beratung. Oder wenn du merkst, dass du gewisse andere Probleme in deinem Leben hast, dann fang eine Therapie an. Denn dadurch zeigst du deiner Beziehungsperson, dass du an einer Veränderung interessiert bist. Es kann helfen, dass du einen Brief schreibst und in dem aufschreibst, was genau du bereust und wie das eurer Beziehung geschadet hat und wie das deine Beziehungsperson verletzt hat. Und in diesem Brief kannst du dann zeigen, dass du zu deiner Verantwortung stehst, dass du interessiert bist an einer Wiedergutmachung. Du könntest auch Dinge reinschreiben, wie du dir eine Wiedergutmachung vorstellst, was vielleicht ein gangbarer Weg wäre von Versöhnung. Die Anerkennung der Verletzung deiner Beziehungsperson ist so wichtig. Selbst wenn eure Beziehung nicht gut war oder wenn ihr viel gestritten habt oder es irgendwie viele und große Probleme gab und du dich vielleicht nicht gesehen gefühlt hast oder du dich ignoriert gefühlt hast. All das mag vielleicht auf den ersten Blick in deinem Kopf dir eine Berechtigung geben für einen Betrug in Form vielleicht von einer Affäre oder vom One-Night-Stand. Also vielleicht findest du das One-Night-Stand oder die Affäre, die du hattest, vielleicht findest du das gerechtfertigt, weil eben viele Dinge in eurer Beziehung schiefgegangen ist. Aber diese Art von Rechtfertigungen und Schuldzuweisungen, dem Verzeihen, der Wiedergutmachung, der Heilung von dieser Bindungsverletzung im Weg stehen. Und ja, es kann im Rahmen von Verzeihen auch wichtig sein, sich anzuschauen, wie die Beziehung vor der Bindungsverletzung war. Denn vielleicht gab es irgendwelche Gründe, dass ihr beide oder eine Person von euch nicht wirklich mit der Beziehung glücklich waren. Und zu ignorieren, was für Probleme vor der Bindungsverletzung eurer Beziehung war, bedeutet, dass ihr eure Beziehung wieder neuen Risiken aussetzt. Und wenn du die Person warst, die verletzt hat, dann fragst du dich vielleicht, wie kannst du dir selber vergeben? Also wie kannst du mit der Schuld, die du da auf dich geladen hast, wie kannst du damit weiterleben? Oder wie kannst du das so integrieren, dass du es eben nicht irgendwie dich in Rechtfertigungen verlieren musst oder auch nicht in dem verlieren musst, dass du ein ganz, ganz schlechter Mensch bist? Weil vielleicht hast du was ganz Schlechtes gemacht, aber ich finde es schon auch wichtig, Tat und Mensch zu trennen. Das ist ja auch für das Verzeihen so wichtig, weil dein Partner oder Partnerin hat vielleicht was ganz Schlimmes getan, aber im Verzeihen ist es hilfreich, den größeren Kontext zu sehen und zu sehen, was sie neben der Tat eben noch alles ist. Wenn wir Schuldgefühle fühlen, dann können sie uns empathischer machen, mitfühlender machen. Dann können sie uns hilfreich sein und sie können sehr gesunde Gefühle sein, denn dadurch können wir feinflüger sein und empathischer sein und wir können auch eher die Verantwortung für das übernehmen, was wir getan haben. Deswegen sollte die Selbstverzeihung irgendwann natürlich passieren, aber auch nicht zu schnell, denn dadurch kann es sein, dass du dann nicht mehr so empathisch bist oder nicht mehr so feinfühlig. Und wenn wir uns eben nicht zu schnell verzeihen, dann hilft es uns, uns klarzumachen, wie sehr wir die andere Person verletzt haben, wie sehr es notwendig ist, da auch Reue zu zeigen. Und ein guter Zeitpunkt, um sich selbst zu verzeihen, ist gekommen, wenn die andere Person dir verzeihen kann und du deinen Teil der Wiedergutmachung geleistet hast, wenn du darüber reflektiert hast, wenn du vielleicht auch für dich Schlüsse daraus gezogen hast, wie du in Zukunft mit so Situationen umgehen willst und auch, wenn du für dich klar hast, welche persönliche Bedeutung das für dich alles hatte. Und jetzt habe ich ganz viel darüber gesagt, was die verletzende Person tun kann, um ein Verzeihen zu ermöglichen. Und jetzt möchte ich auch noch ein paar Dinge sagen, was die verletzte Person tun kann. Es hilft total, wenn sie versucht, möglichst klar, möglichst ruhig über ihre eigenen Gefühle zu sprechen, wenn sie es schafft, darzustellen, was in ihr abläuft, welche Ängste da sind, welche Trauer, welche Wut vielleicht auch über Rache, Gefühle spricht, vielleicht auch über das Gefühl, verraten worden zu sein, alleingelassen worden zu sein. Und es hilft auch, wenn sie es schafft, die Perspektive des Partners, der Partnerin sich anzuhören und versucht, da offen zu verstehen und zu sehen. Und was auch hilft, sich die Perspektive des Partners, der Partnerin anzuhören. Sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen? Ich wünsche euch ein weiches, offenes Herz. Ich wünsche euch, dass ihr euch gegenseitig verzeihen könnt, dass ihr achtsam miteinander umgehen könnt. Wenn es in eurer Beziehung zu einer Bindungsverletzung gekommen ist, konntet ihr vielleicht ein bisschen Inspiration mitnehmen. Wenn ihr Interesse habt, euch professionell da begleiten zu lassen beim Aufarbeiten von einer Bindungsverletzung, dann bucht euch gern ein kostenloses Erstgespräch und wir schauen, wie ich euch unterstützen kann bei eurem ganz eigenen Weg. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch den Link zu dem Love & Grow Seminar im Oktober. Ich wünsche euch eine gute Restwoche. Alles Liebe, eure Cora. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020